So halli hallo, zurück zu Aliens vs Predators. Ja, ich hab ja mitten in der Folge aufgehört, wie kann ich nur asche vor mein Haupt. Äh, und... genau, jetzt geht's ans Eingemachte. Oh, oh! Ah! Wo ist es denn? Ich seh nichts mehr. Okay, da ist es tot. Wo ist das Zweite? Komm runter. Verdammt. Hä, hä, hä. Ah, hä, hä. Da war es kaputt. Ich brauch nämlich keine, sondern hier wurde ich alle umschütteln. Äh, gut. Da drüben war der Gürtel und da muss ich auch noch Feuer geben. Okay, die Menschen haben also den Abschluss gekloppt. Ah, immer ein bisschen vorsichtig sein hier. Wer weiß, was hier abgeht. Nein, kann das jetzt Höhlen? Oh Gott. Super. Alien- Gebiet. Ich hasse das. Ich spiele viel lieber als Alien. Was blöde ist, die sehen mich ja auch, wenn ich getrampt bin. Die riechen mich ja. Ah! Ah! Ah, verdammt. Gut, einmal weniger. Ah, verdammt. Rundru- Nein! Wo bin ich denn jetzt? Lasst mich in Ruhe. Ja. Komm wieder her! Toll. Wo ist es denn? Da. Ah! Super. Ah, noch eins. Oh, da haben wir noch. Oh. Verdammt. Lass dich rein! Oh mein Gott. Das hätte mich ja fast verwischt. Komm, da ist das nächste gewesen. Was war's das? Da hinten ist ein Gürtel. Irgendwo? Ist hier ein Gürtel verständlich. Da oben. Muss ich irgendwie hinterher hochkommen. Was ist das jetzt endlich? Das wird sich schon mal gut einblieben. Wie kriege ich denn die jetzt schnell tot? Geh jetzt noch nicht mehr. Genial. Hallo. Ich möchte gern hier hoch springen. Geh jetzt. Hier ist der Hostel. Geh jetzt! Geh jetzt! Geh jetzt! Geh jetzt! Alles klar, ich werde da sein. Da wäre doch gelacht, wenn die dich nicht downkriegen würden. Oh, schöne Pilze. Kann man die essen? Geh jetzt hier. Der Hostel! Krasse Scheiße. Oh, der letzte, der ist... Nee, der ist in der Wacke. Ganz schnell down gewesen. Okay. Gürtel da. Sonst nichts weiter. Bisschen Energie hier. Nehmen wir noch mit. Tarnung anschmeißen für alle Fälle. Soll ich jetzt irgendwie hier hochkommen. Gut. Oh, das war ja einfach. Geht's hier noch höher? Oh, da ist die Raffinerie gewesen. Das hört sich ja schon mal gar nicht gut an. Oh, da ist z.B. Oh, da blöd ist die Raffinerie. Oh, da blöd ist die Raffinerie. Das ist ja mal cool. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht so klug. Komm mal hierher. Auf meinen Weg. Komm mal weg, motherfucker! Komm mal weg! Wir haben ja damit gerechnet, dass der nur ummächtig ist oder kurz mal umgehauen wird. Dass es den so gleich kaputt macht. Nicht schlecht. Okay, in der Explosion hat man gesehen, dass es ihm ein Bein zerfetzt hat. Warum sind beide noch dran? Hm. Mal schauen. Gibt's hier denn auf dem Westen noch ein bisschen technisch? Was? Wie steht da oben jetzt keiner und sieht das? Bumm. Gibt's hier was? Na? Da geht's nach oben. Welche sind denn da? Soll ich denn den da kaputt machen? Nö. Seh ich nicht ein. Ich mein die Minigun da, die ist praktisch noch, wenn da jetzt noch ein paar Alien sind. Ah, ich hasse alles. Ah, da ist die Minigun. Da drüben ist noch eine. Da ist nur so eine Energie. Wie? Da hinten ist ein Würfel. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Ich geh mal aus rum. Ich könnte wetten. Ah! Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, eher damit, dass jetzt hier Aliens auftauchen. Nicht damit, dass die blöde Kanone mich trifft. Lass mich! Lass mich wenigstens hier hochkommen. Jetzt können die Aliens kommen von mir aus. Von mir aus könnte jetzt alle hierher kommen. Oh! Drei Stück! Oh! 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 Eins weniger. Eins weniger. Eins weniger. Eins weniger. Oh! Da ist ja noch raus! Oh! Da sind ja noch mehr! Na, wird das irgendwann auf? Hallo, Aliens! Bleib hier! Ok, das brennt. Cool! Hallo? Das wollt ihr ja gar nicht sterben. Ja, ich wollt grad sagen, Tür schließt dich bitte wieder. Öffnen Sie den Ausgang durch aktuelle drei Schalter. Naja, das könnte lustig werden. Drei Schalter. Ok, da ist ne Scherbe, ne Scherbe. Ganz da ist ein Gürtel und da oben auch. Ich möcht' erst mal diese Gürtel haben. Ich möchte erst mal diese Gürtel haben. Ah, das ist ganz schön tricky jetzt hier. Ganz schön viele sind hier. Alter! Das ist ja mal richtig geil hier. Gut, da ist ne Scherbe. Die werde ich brauchen. Da ist so ein Schalter. Gut. Ah, Mist erlebt noch. Da ist er. 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 Verdammt. Ich hab den tatsächlich noch getroffen. Cool. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wie viele da? Ja, verdammt. Sehr schön. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch den Rest von euch finden. Weil es sind ja noch nicht alle tot. Okay, wo sind denn die Schalter? Da ist einer. Da drüben müsste einer sein. Ach ne, das ist bloß ne Energiequelle. Na, kommen denn jetzt auch wieder Aliens? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, nein! Da ist noch einer. Gut, wo ist denn jetzt der zweite Schalter? Ich kann mich ja noch ein bisschen umsch... Äh, da war es auch dran. Ah, da ist er. Da ist er im Moment. Nein. Wartet der hier auf mich? Komm in, Tequila! Verdammt! Verdammt, wo ist denn der blöde... Ah, da ist... Da ist der Gürtel. Hö? Da war er grad hier? Gürtel? Wo sind der Gürtel hin? Da! Hä? Wenn ich näher rangeh? Wie komm ich denn da rein? Oder ran? Ah! Ah! Das ist ja mal cool. Was ist denn das? Ah, das ist bestimmt für Aliens dann mal gedacht hier. War der nicht grad hier oben der Typ? So, der Gürtel liegt da. Gut. Gürtel eng gesammelt. So. Jetzt geht's bei uns Eingemachter. Wo sind die ganzen Schalk da? So. Jetzt geht's bei uns Eingemachter. Wo sind die ganzen Schalk da? Ah, scheiß Wasser. Ah, scheiß Wasser. Wo ist denn der? Der war doch hier irgendwo der Typ. Da ist der Schalk da. Der letzte. Warte. Ey, ich geh kaputt. Muss doch hier irgendwo sein. Oh, komm. Die wird denn gar nicht so gut ist. Geht ihr mich da verarschen? Komm. Na dann lad ich mich wenigstens auf. Irgendwo wird das schon sein. Kann ich nicht irgendwie so, so einen Ruf machen? Da! So, die bringe ich noch um. Irgendwie hoffentlich. Hörst du das? Ach Gott, verdammt. Ich treffe sie einfach nicht. Verdammt. Das kann doch nicht so schwer sein. Geht doch. Ich habe mir zwar Schaden damit gemacht. Mann. Das Ding noch irgendwann wieder voll? Nein, ich glaube es nicht. Na, ja. Ich habe sie zwar gefunden und getötet, aber mir damit selbst geschadet. Toll. Hm, gehe ich weiter oder warte ich? Ach komm, ich kann noch mal schnell weiter. Mal schauen. Mal schauen. Oh. Wow. Eine alte Kampfarena. Cool, cool, cool. Die sieht hier auch mal richtig geil aus. Ah, da ist ein Gürtel. Aber die Kampfarena werde ich jetzt mal noch nicht betreten. Ich werde das in der nächsten Episode machen. Jetzt hole ich mir noch diesen Gürtel. Da sieht man wie es ist. Die Kontraste sind schön. Ich weiß nicht, ob es so rot ist. Da wird bloß eine Scherbe. Da auch. Gut, dann mache ich jetzt hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, euer Herr Jesus.